Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit eurem Xarok. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ha! Eine Woche geschafft, definitiv. Heute ist der erste Tag in der zweiten Woche. Und ja, läuft, würde ich sagen, läuft ganz gut. Und ja, ich bin eigentlich zufrieden mit dem Inhalt der Videos der letzten Tage. War vielleicht nicht immer ganz so spannend, aber doch vielleicht recht interessant. Auch für mich persönlich, wenn man dann nochmal sein eigenes Leben und seine eigenen Sachen, die man so an dem Tag macht, nochmal von der anderen Seite, von der anderen Perspektive sieht. Und das ist doch recht interessant, finde ich. So, heute leider nur ein kurzes Video. Und zwar werden wir uns jetzt ein lustiges Video anschauen und darauf reagieren. Und zwar habe ich mit jemandem geschrieben, der heißt Maximum Funny DTube. Das ist ein deutscher Kanal, noch recht klein. Und den habe ich gefragt, ob ich den seine Videos zeigen darf, vorstellen darf. Und er hat natürlich Ja gesagt und hat sich auch darüber gefreut. Und deswegen werden wir das jetzt auch tun. Okay, meine lieben Freunde, da sind wir. Und zwar Tiere, Süß, Katzen-Videos. Also es sind wohl überwiegend Katzen oder so. Mal gucken. Und genau, das ist der liebe Maximum. Mit dem habe ich geschrieben. Der freut sich darüber. Oder beziehungsweise hat Ja gesagt und ich freue mich natürlich darüber. Und ja, und das machen wir jetzt auch gleich. Und schauen wir uns mal dieses nette Video an. Vielleicht gefällt uns das Video und wir werden noch mehr Videos von ihm vorstellen. Schauen wir mal rein. So. Was? Wieso von unten? Du bist doch vorbeigegangen. Wieso von unten? Du bist doch vorbeigegangen. doch zu kalt was war das klopft die klopft nicht wirklich an das ist ja wieder leo was macht der reaktion nein oh mein gott also das ist immer blöd wenn so eine katze oder auch kundel was du streichel was leicht benebelt oder Was ist das? Wo ist das? Oh mein Gott. Auf geht's. Wie ist das? Oh, wie schlecht. Oh oh. Tom und Jerry! Ich liebe es! Ich muss zugeben, wenn nix im Fernseher kommt und es läuft gerade Tom und Jerry, dann schaue ich manchmal das, wenn ich mal Fernseher gucke. Passiert zwar nie, fast nie, aber Tom und Jerry geht immer. Was? Ja, was macht er denn da? Meine bleiben nicht auf unserem Roboter sitzen. Ist voll doof. Boah, ist ne Power, so ein Roboter hat, gell? Krass. Ja gut. Der Hunger treibt, ne? Der treibt einen an. Auf jeden Fall. Das hat er aber jetzt getan. Oh, Garfield! Du lebst hier doch. Alter Schwede. Ja gut. Ja gut. Wie gemein. Wie gemein. Was? Ach süß. Klassischen Kampfhunde. Total schlimm, ne? Wahnsinn. Ja gut. Wie gesagt. Ja gut. Kommt nicht dran! Der blöde Fisch! So ne Scheiße! Ernsthaft? Nee! Oder? Ja? Ich guck... Wow, was für ne Bonnance, gell? So schlimm! Ich hatte früher auch Küken! Die sind ja so zutraulich! Ich will dann essen! Wer will dann essen? Wer ist das? Oh mein Gott! Wie das aussieht! Die Katze findet ihn wohl doof. Schau mal, wie zehrt er ist! Oh mein Gott! Was? Was ist denn da passiert? Boah, die Katze! Was ist denn da los? Ach du Scheiße! Der arme Reiter! Der kann nix mehr wahr, weil diese blöde Katze da hinten dran hängt! Oh, Igel! Ich weiß zwar, die Igel machen nicht solche Geräusche! Aua! Wie ist die echt? Das ist die echt? Was? Hey, was hat die da? mit der hund steht am zebrastreifen wartet bis die auto stehen bleiben jetzt geht darüber oder krass ja wie praktisch wünsche freundschaften auf das schöne bier zu hause dann auf der kalt wobei der leo schon gut anziehen kann wie blöd ich kann es nicht um das ist ein fuchs das ist ein fuchs das ist ein fuchs das ist ein fuchs Was geht dir in einer Katze vor, wenn sie das tut? Aber vielleicht wählt da oben einer. Oh mein Gott! Na krass. Ich wünsche sie normalerweise nicht so lustig drauf. Hallo, es ist mir. Ist es mir, was du schaust? Was für eine Perfektion, was für eine Haltung. Krass. Hä, die Musik! Der Decktief Kornel. Okay, darum geht es ja heute nicht. Die Person dahinten hat so eine Decke fallen lassen und dann war die Person weg und die Katze. Für den Ohnmacht. Keine Kamera, es ist keine Kamp... Was, lol? Der Glock, die Kamera. Na gut, man kann Tiere auf alles mögliche drillen, ne? Meine Hühner haben immer auf Kuckuck gereagiert. Da sind die immer gekommen. Die Kühe mögen irgendwo Gitarre spielen. Oder Ukulele, was auch immer das jetzt gerade war. Wie geil, die hat ne Heule. Boah. Ich hätte auch so gerne ne Heule, ey. Wie geil diese Viecher sind. Okay, das Ende war... War das Beste. Aber hier. Ne, lustiges Video. Vor allem sind es Clips, die ich glaube ich so noch nicht gesehen habe. War da irgendwas dabei, was ich bisher schon mal irgendwo gesehen habe. Ich glaube nicht... Habt ihr schon mal davon irgendwas gesehen? Irgendein Clip von diesen Tieren? Habt ihr es irgendwo schon mal gesehen? Also ich habe es ehrlich gesagt noch nicht gesehen. Also ich glaube, da war nichts dabei. Vielleicht bei einem Katzen Video mal was. Naja, obwohl eigentlich auch das nicht. Ne, ich glaube ich habe davon noch nichts gesehen. Also wirklich sehr, sehr, sehr gutes Video. Hat mir sehr gut gefallen. Und ja, switchen wir mal. Ja, habt mir gut gefallen. Liebe Leute. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Ich höre euch heute morgen wieder ein. Wenn du sagst, es war ein Daily Vlog. Und ja, genau. Und mal schauen. Es schneit komischerweise. Eigentlich wollte ich heute draußen ein bisschen was machen. Ein bisschen den Hof aufräumen, weil der Schnee so langsam weggeschmolzen ist. Und jetzt schneit's. Genau. Hast recht, Amy. Ja. Naja, gut. So, liebe Leute. Bis morgen. Ciao, ciao.